Oh, ich bin endlich da. Super. Ach, das sind unsere. Okay. Ich dachte schon. Oh, hier war ein Schlachtfeld. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Warum sind hier so viele? Aja, 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 aja. Hier sind ja so viele. Aua, aua, aua. Ich häng' fest. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ah, ich nehm' das hier. Ja, ja, ja. Ach, da drüben. Ach, ja. So, dann dürfte jetzt noch mal ein dicker Oschi kommen, der uns versuchen wird, aufzuhalten. Ja, da hinten steht er. Oh, hier ist noch ein unsichtbarer irgendwo. Ich hab' keine, geil, ich hab' bei keiner Waffe eine Munition. Toll. Ich kann nicht schießen, weil keine Munition. Ich hab' mal gedrückt, ja. Äh, warum? Äh, warum? Oh. Ist die flatt? Ja. Na toll. Ähm. Na toll. Ähm. Bist du drauf? Raus hier. Raus hier. Ich glaube, die haben mir einen Panzer gebracht. Moment, warte, ich will ja auch in den Panzer. Warum kann ich hier nicht rein? Weil ich schon drinnen bin. Hey, stopp! Bist du drauf? Warte, sofort. Jo. Brechen Sie in die Zitadelle. Ende der Reise. Oh, das ist ja fast das Ende, wa? Nein. Na, wenn da schon steht, Ende der Reise? Mehr Probleme. Fall einfach weiter. Ja, ja, ich bin gerade ausgestiegen. Ich komme immer auf den rechten Button, weißt du? Und dann steigt er natürlich aus. Ja, ich bin gerade in die Zitadelle in Sicht. Die Truz mobilisieren alles, was sie haben. Kiel, 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 Achtung. Was ist auf den Ring? Ja, ich bin gerade ausgestiegen. Ja, ich bin gerade ausgestiegen. Ja. Ja, ich bin gerade ausgestiegen. Ja, ich bin gerade ausgestiegen. Ich gebe mir Mühe her. Oh, das wird eng. Das klappt alles. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Guck mal, wir können jetzt die Dinger hier nehmen. Sollen wir? Durchnehmen. Okay. Wir müssen sowieso, weißt du? Sonst kommen wir da nicht rüber. Oh, 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 oh. Hey, ich will hiermit fliegen, ihr Arschlochs. Hey! Wie sinkt man eigentlich? Mit X? Äh... Left Button. Okay. 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 ... Oh, Leader! Nein! So, den haben wir gleich. Jawoll! Das war halt die Ringe aktiviert, okay? Welche Plattform? Ja, da hinten. Hier oben, oder was? Glaube ich, ja. Also höher komme ich nicht. Ne, da unten. Da. Eine Katastrophe. Hätten wir doch nur mehr Zeit. Oh, oh. Guck mal, ich brauche mich rückwärts genauso schnell wie du vorwärts. Äh, warum ist die Tür zu? Da. Ja. Es gab eine Frage, und ich habe geantwortet. Einen Moment in Sicherheit lang habe ich die Vernichtung der Sterne verschoben. Meine Getreuen, bleibt standhaft. Unsere Feinde umzingeln uns, aber wir beschreiten den gesegneten Pfad. Nur ein Moment, dann zünden die Ringe. Und alle, die glauben, werden errettet. Ja. Chief, wie nah sind Sie? Nicht nah genug. Mehr hast du nicht drauf? Wie kommt der da schon wieder hin? Komm schon. Beeindruck mich. Stopp, du Dummkopf. Er will, dass du ihn tötest. Ich will das aber nicht. Was gibt's denn, Großkotz? Können Sie nicht loslegen? Zugegeben. Ich brauche Hilfe. Aber das Geheimnis stirbt mit dem Rest. Johnson! Meldung! Verschwinden Sie! Nicht ohne Sie! Sie verzögern das Unabweckbare. Nein, einer aktiviert die Ringe. Sie erwischen niemals alle. Das stimmt. Los! Ich. Dann sie. Jetzt. Mein Gott. Nein! Aber warum? Oh, da kann er laufen. Eure Vorväter haben weise auf Mitgefühl verzichtet. Sie stellten sich für das, was getan werden musste. Ich weiß nun, warum sie euch verließen. Ihr wart schwach. Ach so. Und Götter sind stark. Ach, können nur Menschen aktivieren, wa? Und da kommt der Masterchef. Ich schieße, sondern zuhören. Doch, was für eine Wendung! Lasst euch sicher zu unserem Feind führen. Nur ihr könnt aufhalten, was er in Gang gesetzt hat. Hä? Die Flatt jetzt auch? What the fuck? Das ist gesteuert von dem, von dem Dings, oder? Von diesem Raupen-Vieh-Beast-Teil-Ding da? Ja. Oder aber von Cortana. Oh. Ich würde jetzt gerne hier einen Break machen, du. Du, ich renne jetzt durch hier. Bei Break ist nicht, weißt du, ne? Warum? Na, äh, Break heißt, wir machen die ganze Geschichte nochmal. Oh, nee. Oh, Gott. Oh, der hat mich runtergeschossen. Das jetzt hier aber auch die Flood aktiv ist, ne? Na, kommt das für dich jetzt überraschend? Also für mich schon. Ja, irgendwie schon. So, äh, überleben bitte, ne? Ich bin tot. Ja, ich hüpfe hier rum. Ja, das ist gut. Okay, ich bin da. Ich habe jetzt wahrscheinlich mehr aus Zufall überlebt, aber... Ist egal, ich bin da. Huch. Ich wollte gerade laufen. Jetzt wird die Brücke eingefahren. Das war das Ende von Halo. Der Spielserie. Auf Wiedersehen, ihr Microsoft-Team. Tja, jetzt ist die aus Teil 2 tot. Ach, fuck. Okay. Okay. Sehen Sie, Gebieter, der Moment der Rettung steht bevor. Ihr Held nicht an. Ihre Art. Glaubte nie an das Versprechen der Heiligen. Lügen für die Rache. Hoffnung für Gezoll. Ich bekomme meine Rache. Am Propheten, nicht an der Pest. Meine Füße gehen den Pfad. Ich werde zu einem Gott. Sie werden Futter. Nicht mehr. Nein! Theatralisch alles abgeschaltet. Ich bin Wahrheit. Die Stimme der Allianz. Und sie müssen schweigen. Piercing. Upsi. Übrigens, den hätte man jetzt hier braucht. Oh. 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 Der hat uns verarscht. Kann das sein? Ja, irgendwie schon. Wir hätten die Maschine anschalten müssen. Nun ist das Tor geöffnet. Die Kopfsteine geben es frei. Leichen gehen machen Platz. Das müssen sie befolgen. Wir tauschen ein Übel gegen ein neues. Hä? Oh. Ach komm. Ich muss jetzt eigentlich wirklich hier los. Also ist der Typ eigentlich dann von der Flood, kann es sein? Oder der Typ ist die Flood? Oder wie? Ich weiß es nicht. Da rein logisch, er hat ja die Flood gesteuert, ne? Ja, das kann doch nicht sein, dass wir hier wirklich auf dem Ende des Kapitels warten müssen. Oh, ich werde angetickert hier. Bin kurz vorm Sterben. Mein Schild regiert sich nicht. Oh, ich bin tot. Lauf. Lauf, Chiki. Lauf. Lauf. Du schaffst es. Oh, oh. Oh, oh. Äh, ja, 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 ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Durch die Tür. Jo. Oh, oh. Ja, ja. Ähm. Cortana hat mal ausgedrückt. Ja, das hätten wir ja auch riechen können, ne? Cortana hat doch gesagt, der Typ. Sie war doch mit dem Typen da zusammen. Oh, guck mal, die helfen mir jetzt hier. Ja. So ein bisschen. So kannst du den Knopf drücken, ich bin da. Welchen Knopf? Im Fahrstuhl. Ist das nicht hier? Weiß ich nicht. So blinkt. Okay. Schwarzer Bildschirm. Die Musik ist aber sehr theatralisch gerade, ne? Das sehen Sie. Die Musik ist doch sehr. Wie geht's dir? Wir machen. Okay. Was ist das? Was ist das? Halo! Von unten Oder es wird eine Mauer hochheft, so Einen Ersatz Für den Ring, der zerstört wurde Wann wussten Sie es? Seit jetzt Aber ich hatte gehofft Was werden Sie tun? Abfeuern Dann sind wir uns einig Ein taktischer Impuls führt zur Auslöschung der lokalen Versorgung Ich werde persönlich die letzten Schritte überwachen Obwohl es dauern wird Hä? Wie läuft die Aktivierung? Hä? Cortana Juhu! Okay, da sehen wir jetzt noch die Sequenz Ja, da sehen wir aber noch die Sequenz Die geht leider nicht anders Letztes Gefecht ist freigeschaltet worden Okay, 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 okay Wie zwei 3D-Objekte vor dem statischen Video fliegen Höp Schön sieht's aus Pilzig Die Chefsmeister tut dasselbe mit den Eliten Alles, alles super Alles, alles super So, ich geh mal hier aus dem Spiel raus Deswegen an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen Jawohl Ich muss nämlich jetzt mit dem Hund raus Es ist spät und dann ins Bett Das lebe ich jetzt auch noch spät Und wir sehen uns zumindest hier bei dem Ding als bald wieder Und bei anderen Dingen sowieso Also hier Twitter und YouTube Und so was alles Und bei Pschiki sowieso Guts Nächle, oder? Guts Nächle Nachti Tschüss Settlings 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 Settlings